Da kam ein Kafer und er wollte sich lustig machen über den Gelehrten vom Islam. Er hat ihm gesagt, was ist der Unterschied zwischen deinem Bart und Schwanz eines Hundes? Die Leute waren beleidigt, der beleidigt uns. Der Gelehrte sagt, ruhig. Er hat gesagt, schau mal, wenn ich ins Paradies komme, dann mein Bart ist besser als Schwanz von Hund. Aber wenn ich in die Hölle komme, dann Schwanz von Hund ist besser als mein Bart. Der hat ihn aber richtig, aber der versteht das nicht. Genau, wenn du heute jemandem das erzählst, die verstehen das nicht. Die Arme, ja, der versteht. Das bedeutet, ich komme inshallah ins Paradies und gehe in die Hölle eigentlich. Du, ganze. Aber erzähle mit Leuten, die Verstand haben.